Entschuldigung, sind Sie Azares? Bist du Azares? Azares? Bist du's? Wohl nicht. Das ist natürlich die Frage, wie weit südlich davon. Ich will mal hier vorne runter gucken. Dieser Aussichtspunkt, der markiert sind, macht mich auch wahnsinnig. Aha, hab ich dich. Azares ist ein Physiker und ein Narcon? Was habe ich vermisst? Was muss ich tun? Azares? Du hast deine Hände voll. Wie das? Du bist eine willkommenes Sicht. Der einzige, den ich in einigen Zeit gehabt habe. So viele sicker. Ich bin überrascht, dass alles in einem Ort so weitermachen kann. Oh, es ist schockend. Nothing I have tried will cure the sicker or stop the pathogen spreading. I've lost so many already. Wann hast du die Krankheit bemerkt? Sag mal. Hast du das schon mal erlebt? Ja, ich glaub nicht. Brauch ich gar nicht fragen. Dann wollen wir mal fragen, wie wir helfen können. Ja, ich glaube, wir finden, ein Weg zu stoppen die Krankheit. Sag mir, was du brauchst. Na, da war ein Gerät war, von einem Wissenschaftler genannt Konsus. Its Intention war, dass es schnell zu schützen und zu erraten, die Krankheit zu erraten. Was? Der Gerät ist verraten. Wissenschaftler hier versucht, es zu verraten, based auf die Schematik. Aber es ist noch in der Experimental Phase. natürliche auslesen ich besorge das instrument der papa dazu sagt wenn er erfährt das war hier andauernd gerätschaften für die menschen missbrauchen wird ihm nicht ganz so gefallen das weiß ich jetzt schon das weiß ich weiß was muss Ich werde schon alle umgebracht. Da hinten drin? Geht's out! Michael, help me! Michael, help me! Ich frage jetzt, wie komme ich denn dahinter? Wie komme ich? Ganz einfach, ich laufe um die Wand. Müsste ich das nicht sehen, wenn ich hier... Okay, in irgendeiner Wand werde ich bestimmt wieder... Richtig nach hinten schieben? Hm. Sieht aus wie eine Decke und ein Teppich. Na komm. Was mache ich hier durch? Ist hier der Ausgang? Nein. Ich verstehe nicht, wie diese glückende Klappe wird, die Krankheit zu heilen. Ich hoffe, Azais ist richtig. Das frage ich mich auch. Vielleicht ist es eine Anleitung für irgendwas. Da hat jemand kein Pargament zur Hand, sondern nur einen Teppich. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Ich habe die, ähm, äh, glückende Klappe, die du gefragt hast. Es ist ein Nanotech-Matter-Regenerator, aber du hast es. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Jetzt, dann, schauen wir, was diese Sache kann. Nanu? Azais? Was hast du gemacht? Ich dachte, ich habe es richtig gekalibriert. Oh nein, was habe ich getan? Ich habe diesen jungen Menschen töten. Das System funktioniert nicht, und du hast ihn gegen Poseidon's Laws. Was tun wir jetzt? Leg das Instrument weg. Dieses System ist gefährlich. Vielleicht hat man ihn ausprobiert. Ich glaube, es sollte nicht auf jemand anderen benutzen. Ich glaube, es sollte nicht auf jemand anderen benutzen. Ich hatte so viel Hoffnung. Aber du hast recht. Dieses System ist nicht bereit, um zu benutzen auf Live-Subjekte. All ich habe gemacht ist, um die Schmerzen und Schmerzen zu machen. Einige Dinge können sich nicht mit devices oder Intelligen. Es gibt Probleme, sogar Isu kann es nicht lösen. Ich glaube, alles kann ich machen, ist zurück dieses System zu dem Laborator. Und sicher, dass die Vizepräsidenten so gut sind, bis zum Schluss. Einmal noch Archan zu gehen. Vielleicht sollte ich auch ihre Arbeit machen. Vielleicht sollte ich ihre Arbeit selber machen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu tun. Meine Meinung. Wo befindet er sich denn? Im östlichen Teil des Poirimos Rings. Ich glaube, ganz außen ist der, ne? Im östlichen Teil. Seine Veranstaltungen werden im Süden des Doma Esalipos. Also tippe ich mal hier drüben, ne? Was ist denn schneller? Wenn ich die Brücke nehme? Ne. Ich glaube, wir sind schneller. Kürzer ist es, wenn wir hier runter springen. Und hier hoffentlich ein Boot irgendwo auf uns wartet. Das sieht aber schlecht aus. Kürzer. 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 followed Kürzer. � schick Icarus los das ist bestimmt hier im Tempel drin hier in einem Tempel? Siehst du? Eine Arena scheint wie ein strange Ort, um einen Archon zu finden. Arena Hau die! Ah, die Castilles! Dann die Sterne! Ich beginne, alle Hoffnung zu verlieren! Atlas sagte, du brauchst Hilfe. Du verstehst nicht die Verantwortung für meine Soldaten. Es ist mein Job, um ein Untertitel für die Massen zu machen. Aber ich fühle mich, dass die Leute aus meiner großen Spektaklen haben. Ich habe einige gute Spiele gesehen. Und einige schlechte Spiele. Wir brauchen mehr als eine einfache Spiele. Wenn die Publikum verlassen meine Spiele, wer weiß, was sie anfangen? Du denkst, dass sie schrecklich werden? Mein Ziel ist, dass sie schrecklich werden, damit sie nicht schrecklich werden. Ich habe eine Idee. Du stellst dich darunter und kämpfst ein bisschen. Ablenkungsmanöver lösen keine Probleme. Wir versuchen, die Menschen aus ihren Problemen zu machen, wird nur so lange funktionieren. Ich sprach. Ich habe gesehen, was diese Menschen sind, wenn sie die Chance haben. Ich bin nicht die Distraktion. Ich bin nur, dass sie glücklich sind. Also, die Menschen, was sie wollen. Was sie wollen? Was sie wollen? Ja. Ja. Ich kann jetzt hören. Ich würde jetzt sagen, Die legende Dikastis, Alexios, legge auf Atlantis' Leitungsbeugner! Sie müssen teilnehmen in meine nächste Spiele! Das heißt, wie ein Pankration. Ich kann definitiv helfen mit ihnen. Oder du stellst dich darunter und kämpfst ein bisschen. Willkommen zu diesem Film zu noch einmal ein Miraculou show. Heute hat es einen sehr speziellen Fortsen. Achso! Ich bin gefallen, habe ich jetzt erst gelesen? Was, nur da oben? Schlipper richten? Ich bin gefallen, habe ich jetzt gelesen. ist das schon alles sag mal ach so stimmt die verbrauchte ja auch ja 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 Was ist die Pfeile? Was ist die Pfeile? Das ist ein glücklicher Mensch. Aber er wird er auf die Geistisch? Oder wird er verbreitet das Blut, das wir wollen? Wenn du nicht die Geistisch nicht, dann bin ich, was Gäderos wird. Es war ein Ehrein, dich gegen dich gegen dich, Degastis. Du bist ein Ehreinbarer. Ein Wettbewerbliche Leben. Ich habe es geholfen für Sie, die Publikum. Jetzt geht's auf das Grand Finale. Und hier sind wir, am Ende von heute. Next, um unsere Dekastisches Judgment zu fassen, ist ein sehr Schum, das unsere Stadt verletzt. Meine Damen und Herren! Was ist das? Für die goode Atlantis, heute bear witness to the guilty and condemned given one final chance at redemption. Sie werden Arnold sterben, in den Händen unserer Gäste. Nein? Das werden wir nicht tun. Angst nicht, Freunde. Wir werden sicher, dass die Justiz geliefert wird. Das war ein unmitigungsverletzter. Du sagst, Kampf. So, ich habe kämpft. Das Problem ist, dass ich nicht Kampf gesagt habe. Du, wir müssen aufhören. Das wird nicht helfen, die Beziehungen zwischen den Leuten. Die Menschen werden sehen, was im Endeffekt passiert. Die Spiele haben verloren. Die Menschen sind schuldig. Und es ist nur ein Teil der Zeit, bevor sie ihre eigene Untertänen machen. Der Hunger für die Verwaltung ist unverschuldig. Du musst nur aufhören. Du musst nur aufhören. Sie denken, wie ein Mensch, nicht ein Isu. Das ist das, was ich versuchte. Aber du sahst die Kräste. Und die Leute reagierte, wie ich erwartet. Die Menschen, die sich nicht aufhören. Das ist eine Untertänen. Das ist eine Untertänen. Das ist eine Untertänen. Der Hunger hilft uns zu halten und zu halten. Oder es wäre es, wenn du mitgebracht hast. Was sagst du, Adyros? Das ist mein großartiges Experiment. Es gibt nichts mehr zu tun, aber wieder zu versuchen, für bessere Ergebnisse. Die Arena muss klar sein. Wer hat das selber? Ich dachte, die greifen mich an. So, wir haben hier gefühlt genug Unruhe gestiftet. Schmiede eine Waffe. Oder erstatte Bericht. Ilios chases Selini again. Ich weiß nicht, was die eingestellt haben. Ich höre doch keine Unbewaffneten ohne einen fairen Prozess. Oh Gott, das überlebe ich nicht. Vielleicht ja doch. Wie hoch? Ja. Ja. Was war denn hin? Was war denn hin? Ja. 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 Ich weiß nicht. Hier müssen wir hochklettern, kommen wir hier hoch? Hier müssen wir hochklettern, kommen wir hochklettern, kommen wir hochklettern. Könnte ich abkürzen, wir müssen einfach drum herum laufen. Ach komm, dann erstatten wir erst mal Bericht, wo wir einmal hier sind. Guten Tag zusammen. Oh, no. Die Probleme wurden gelöst, dafür wirst du bezahlen, ich verletze die Urteile hier, nicht du. Ich muss mich durchsetzen. Ich bin der Dicastis. Ich kann nicht zufrieden von Poseidons Willen, aber diese Fuhren nicht verdienen, ich werde ein besserer Archon in ihrem Stad. Und wenn Poseidon herausfindet, was du getan hast, wird er dich nicht verlassen lassen. Das ist unsere Weg, die Weg der Progresse. Freut euch nicht zu früh. Das ist unsere Weg. Ein halber Teller. Das ist nicht vorbei, Atlas. Das ist unsere Weg. Das ist unsere Weg. Das ist unsere Weg. Das ist unsere Weg. Ich fühle mich fast, dass ich sie mit mir hören kann. Oh. Du hast eine neue Quest für mich? Das ist unsere Weg. We need to move quickly You distract Atlas while I sneak into his private chambers More sneaking? After Poseidon outlawed human experiments, Atlas confiscated a device and kept it That device theoretically could add a third helix to my DNA I've seen what these Isu devices can do It's not pretty The science is sound! And I've even found evidence of tests being done on humans that looked promising In previous cycles, of course, before Poseidon outlawed experimentation Just tell Atlas the truth. You have good intentions If he's afraid of his enemies hurting me now, what will he think of me undergoing this procedure? Besides, he can't break Poseidons law I'm not sure a good the Castise goes behind the back of an Atlantean Archon I've been preparing for this my entire life! Don't worry! Just keep Atlas talking while I'm in his chambers I don't think we have anything in common What are we supposed to talk about? The weather? Atlas is a jealous lover, and he's already threatened by your role as the Castise Why not play to that advantage? Whatever you do, don't mention my plans Great! This will do wonders for our relationship Everyone knows it's lonely at the top, the Castise Let's go Then it's gone He's coming back He's coming back I've studied this science extensively What's I impart Isu DNA into my world? I should be able to use the devices outside of the sea It's this should, that worries me Remember, whatever you do, don't reveal my political plans to Atlas You don't know Und da erhältet euch hier im Flur doch noch lauter. Was könntest du den ganzen Tag machen? Sie hat mir eingekaut. Wir sprachen über Politik. Natürlich kann sie Freunde haben. Aber ich schweige, dass es hier mehr geht. Du hast nichts zu worry about, Adlas. Ich habe keine Schmerzen gegen dich. Vielleicht spielst du nicht. Aber L.P. ist für sie. Ich kann sagen, wenn sie etwas ist. Äh... 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 Wobei ich seine Reaktion sehen möchte. Die Wahrheit ist, L.P. und ich sind in Liebe. Was? Was? Was hast du getan? Ich bin nicht weich mehr, Adlas. Ich kann Atlantis auf deiner Seite regeln. Sie sind völlig verworfen. Sie sind völlig verworfen. Das ist was ihr machen. Du versuchst auf die Probleme mit Hybriden. Nein! Äh... Äh... ... Huch! Was hast du getan? Ich habe es nicht erwähnt. Er hat euch gebeten. Ich bin nicht so, wie du dich bist. Ich bin nicht so, wie du dich bist. Ich bin nicht so, wie du dich bist. Ah, es scheint, dass mein Bruder endlich erinnert. Ist das dein Verwinderung, Degastis? Ich habe ihn zu tun. Ich habe ihn nicht zu tun. Das war meine Intention. Ich... Du hast du ihn mit seinem Seite gewinnen, um den Konflikt zwischen Menschen und Issu. Er war nicht so, wie ich hätte erwartet. Ich unterstütze dich. Du kannst seine Rolle nehmen. Ich will die Poseidon und meine Brüder. Vielen Dank, Azais. Du kannst nicht mehr Korrupt sein als Atlas. Und Atlantis kann nicht Angst haben, wenn es versucht, diese Zeit zu passen. Atlantische Politik ist noch mehr dramatisch, als in der Grieke Welt. Was würdest du jetzt tun? Ich bin nicht der erste Atlantische Regierer, um mit Kraft zu nehmen. Wenn die Issu das tun kann, dann warum nicht ich? Aber trotzdem... Ich wollte nicht meinen Reign damit beginnen. Äh... Wirst du uns jetzt mit dir gut halten? Äh... Du hast deinen Reign mit meinem Leben geschehen. Normalerweise mache ich das. Hoffentlich mache ich das. Hoffentlich ist das der Start von mir, die viele Leben hier in Atlantis geschehen. Danke, Degastis. Ja gut, dass wir für sie gelogen haben. Ich will sie nicht noch mal sauer erleben. Lp's wird einen besseren Regierer als Atlas machen. Sie kann sicherlich nichts mehr machen. Das kam jetzt unerwartet. Da kümmere ich mich jetzt erstmal um den Speer. Ähm... Oh, sie wird vor allem sperrbeeindruckt sein. Oh... Uh... Uh... Au! Wir sehen, dass die Parose unter Kontrolle ist hier. Wiiiiiii! Ich hoffe, dass das klappt. Und Nummer 3, Krieger. Und Nummer 3, Krieger. Okay, ich will gerne mal ins Inventar gucken. Und zwar haben wir ja. Ich will gerne den ganzen Satz dazu anlegen. Dann können wir den direkt hier gravieren lassen. Good day. Le Cravour. Schäpe. 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 britischen schaden gesamtrüstungswert plus zehn prozent gesundheit und von brandaktivität da kommt widerstand hier nehmen war brandrate das war es ja kann ich hier kann ich nicht ebenso schön tag noch so lobe ich mir das doch ich darf ja auch eine quest auswählen jetzt gehen wir in den krieger tüschler aber ein prozent plus zwei prozent schaden das ist ja so gut wie nichts eigentlich aber chance auf betäubung bei nahkampftreffern das ist doch was heißt ein schaden pro bekämpften gegner das will ich haben ach so wir haben ja das ist doch einfach oben wieder an ne okay das sind die die wir hier haben okay quest wir haben keine quest warum haben wir keine quest na das wollte ich nicht ich glaube ich glaube wir keine quest haben das ist doch was ist da vorne mit dem synchronisation punkt auf sich hat das ist doch in der hoffnung dass in der zwischenzeit irgendwas passiert ja was habe ich denn erwartet wenn ich jemanden durch die flamme laufen zu müssen ohne konsequenzen zu erwarten und dann dann Das war's für heute. Das ist der Aussichtspunkt weg. Das will hier so gar keine... Eine verlorene Welt. Hier war sie nun. Die Situation... Die Kunden und die Menschen in den Hotels helfen. Eine zugehörige Quest. Die haben wir ja abgeschlossen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wir könnten mal gucken, ob wir das Spiel neu laden können, was dann passiert. Das war's für heute.